Hey Leute, was geht? Ich war willkommen zu einem Video mit Aiti! Was geht, Freunde? Guck mal, wir können ja aussuchen. Wollen wir ins Immunsystem oder in den Verdauungstrakt? Aiti, sollen wir hier rein? Du willst, Junge, let's go! Let's go! Ich will sehen, wo das Essen reinlandet und alles. Was müssen wir hier rumspringen und so? Oder können wir einfach nochmal vorbeigehen? Ich glaube, wir können einfach vorbeigehen. Guck mal, da sieht man schon ein paar Bilder, wie es da so aussieht. Guck mal, da sind Zähne und so. Oha, gehen wir gleich in den Mund rein, oder was? No, er hat sich in den Mund und dann kaut er uns. Ich bin richtig gespannt, ich bin drin. Oha, drück aufs Gips, dann siehst du, was hier abgeht. Wir sind jetzt hier, was ist das? Ach, guck mal, er macht den Mund zu schnell und muss reingehen. Kommt auf! Hä, hä? Ich kriege Schaden, ich kriege Schaden. Warum kriege ich Schaden? Hä, ich verstehe es nicht. Jetzt verweist du uns. Hau ab, Junge. Da ist Neuro oder so. Guck mal, ich glaube, wir putzen gerade die Zähne, oder? Ach, wir müssen hier immer in die Lücke rein, wir müssen immer in die Lücke rein. Nein, da kann er uns nicht treffen, oder? Ich glaube, ich gehe gerade drauf, oder? Da vorne ist gleich ein Checkpoint. Komm, den muss ich auch schnell holen, bevor ich nicht draufgehe. Und Safe Zone. Oh, ich bin mal in die Safe Zone, Junge. Ach, jetzt bin ich in der Safe Zone. Ah, okay. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich muss jetzt direkt zu der Safe Zone schaffen. Wo ist die? Oh, ich kriege gleich Schaden. Ich muss mich sowas von beeilen. Bitte in die sichere Zone sofort. Nein, der macht seinen Mund wieder zu. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht überleben. Komm schon, da vorne ist die schon. Und ich bin... Nein, so knapp davor. Oh, ich hätte auch einen Checkpoint. Ja, Mann, und da kommst du ein Team. Was geht? Hey, du hast es geschafft, nein. Ich bin jetzt nicht mal hinter mir. Okay, wir gehen jetzt in seinen Mund rein. Let's go. Okay, wo müssen wir lagen? Ähm... Ah, Mann. Darf man das, die berühren, oder was ist das? Keine Ahnung, ich verstehe gerade noch nichts. Sieht nicht so bei uns innen drin wirklich aus, oder was? Danke mal schon, das ist in der Ernstheit. Lass mal in die Trachea rein, so. Das ist das Ding, das fürs Husten zuständig ist. Oh, das war, glaube ich, falsch. Wollte zurück, die du portiert. Nee, lass mal lieber ins Es-Fuja-Squiz. Genau, ins Es-So-Fa-Gus. Okay, jetzt komm, was reingeht. Und, kann das jetzt? Ja, das funktioniert. Pass auf. Boah, guck mal, der hat Ente gegessen. Ente, was geht? Wie geht's dir? Was geht? Was geht? Boah, der Donut sieht richtig lecker aus. Hier kann man einfach reinspringen. Guck mal, ich bin mit einem Donut drin. Guck mal, ich bin mit einem Donut. Ja, wir müssen jetzt irgendwie... Was müssen wir machen? Eine Foodwheel-Transporter-Tür-Bau. Aha, wir müssen hier ganz vorsichtig sein, glaube ich. Wir dürfen nicht getroffen werden, oder? Wir müssen vorsichtig runterkommen. Boah, es wird ja ultraschwer, oder? Ja, aber wir haben es mal geschafft, Junge. Es ist nicht ultraschwer. Okay, ich versuch's mal. So. Dann kann man einfach runterspringen, oder was? Oh, Leute, man kann einfach runterspringen. Wow. Also, wenn es so schwer sein soll, dann auch nicht. Ich dachte, das wäre gerade ultraschwer. Okay, okay, was jetzt? Was haben wir hier? Jetzt, was auch? Was sieht aus wie die Tablette? Achso, wir müssen Tabletten gehen. Ja, ich bin doch schon da. Wolland müssen wir? Hä? Oh, wo landen wir jetzt überall? Keine Ahnung, Leute. Als ob es bei uns drin so aussieht, kann ich mir nicht vorstellen. Oh, wo bin ich? Hä? Ich glaube, der hat Bauchschmerzen. Wir müssen die Tablette da hinbringen. Achso, er hat Bauchschmerzen. Okay. The road is difficult, but short. Lass hier lang. Ja, aber das ist schwierig, aber kurz. Ja, deswegen lass den kurzen Weg nehmen. Wir schaffen das. Meine Tablette ist weg. Hä, wo ist die hin? Egal, du hast noch eine. Du hast noch eine, dann ist ja gut. So, hier durch. Okay, weiter geht's. Was denn, was denn? Oh, das geht wieder. Nein, da habe ich überlebt. Bitte, bitte, bitte. Ich habe überlebt. Ja, ich lebe noch. Nice, 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 schnell weiter. Oh, das hat ein Cookie gegessen. Was geht? Guck mal, dass vier zu langsam hier drauf teilweise sind. Ja, habe ich gerade gesehen. Hä? Und oben, da läuft eine Uhr oben links. Siehst du das? Ja, das ist so eine Art Zeitansage. Oh, oh. Darf ich hier rüber eigentlich drauf springen? Ich glaube schon, oder? Nein, es macht Schaden. Das ist so Schlimmes. Pass auf. Oh, das geht die ganze Zeit nach oben und nach unten. Da müssen wir auch aufpassen. Oh, nein. Ja, warte, ich komme gleich ein. Nein. Oh, schaffe ich es? Ich glaube, ich schaffe es. Ja, ich habe es überlebt. Ich habe noch ganz wenig Leben, Leute. Oh, wir sind einfach ein Polypen. Mein Polypen einfach. Was ist hier? Ich bin jetzt in deinem Bauch. Lol. Guck mal, das sind die Polypen. Lol. So sehen die aus. Heftig. Leute, heute lernen wir hier richtig viel. Büro, Hust. Wo gehen wir jetzt hin? Hier hin? Oh, guck mal, jetzt sind wir so eine Wasserblase. Ach so, das ist ein Vernaugustrack. Das ist ein Vernaugustrack einfach. Wow. Lol. Guck mal, wie krass wir hier springen können. Das ist ja richtig heftig. Ich denke mal, dass es so ist, wie man ein Vernaugustrack. Ja, kann sein. Oh, guck mal, da sind Stacheln. Als ob hier in echt Stacheln auch sind. Kann gar nicht sein, oder? Junge, ich erkenne gar nichts. Ich check's gar nicht. Ich auch nicht. Egal. Lass einfach hier runtergehen. Oh, nicht die Stacheln berühren. Ich verliere die ganze Zeit. Ich muss so aufpassen. Okay, dann darf man nicht runterfallen, oder was? Komm, ich bleibe hier oben. Komm, ihr habt's geschafft, nice. Leute, weiter geht's, weiter geht's. Wie weit geht das denn noch? Oh, jetzt falle ich hier runter. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin in irgendeiner Röhre oder so. Komm, weiter geht's. Das geht ja noch richtig weit hier. Das ist echt interessant, Heubert. Oh, das ist ein Tier. Hier kann man, glaube ich, irgendwas aufheben, oder? Ich denke schon. Ach, da steht, was das war. Keine Ahnung, hab ich es überlesen. Oh, da ist ein Checkpoint. Endlich. Endlich. Wo bleibst du? Da vorne bist du, oder? Was? Ich lege mein Tier jetzt schon. Ja, das bist du. Was geht? Wo sind wir jetzt? Da oben hier an der Seite. Wie sehen die alle aus? Kann man die berühren oder machen die Schaden? Die machen Schaden. Oh, ist gefährlich. Ich fuhr gerade richtig langsam, weil ich A berührt habe. Was ist das denn? Das sieht aus wie Eiscreme. Junge, esse es doch. Nein, niemals. So, ich muss nicht schnell durch, Mann. Ich will ja nicht lange bleiben. Was ist denn hier? Keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Bakterien oder so. Ich muss vorsichtig vorbeigehen. So, keinen Schaden kriegen. Oh, Junge, ist einmal A aus dem Weg, Junge. Warte, ich gucke. Oh, hier ist gar nicht richtig viel A im Weg. Oh, oh. Nicht berühren. Die ist, glaube ich, richtig gefährlich. Oh, die darf ich nicht berühren. Und zack. Bin hier durch. Okay, weiter geht's. Wo bin ich hier jetzt? Keine Ahnung. Das ist die Magensäure hier. Nee, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Und. Oh, der Sprung ist schwer. Komm schon. Und zack, bin weiter. Okay, das haben wir geschafft. Oha, jetzt können wir doch mal zum Immunsystem gehen. Heftig. Komm, lass die auch nochmal das durchspielen. Das ist so eine Art Verteidigung. Immunsystem. Bei Bakterien kommen und so gefährliche Kämpfen wieder gegen an. Okay, mal gucken, wie wir jetzt gegen die kämpfen. Hier geht's los. Wir müssen schon ein Run machen. Let's go. Oha, guck mal. Wir haben hier ein Licht. Genau, das ist mein Immunsystem. Da hinten ist Licht. Siehst du, haben wir auch Licht in unserem Bauch drin? Ja, und so viel hat ihn geblackert, ob man rumspringen kann. Genau. Das glaube ich eher nicht. Oha, wo muss man hier hin? Hä? Ah, hier einfach rüber. Nice. Du bist da runtergefallen. Hier ist auch Checkpoints. Es gibt Checkpoints auch in unserem Körper. Bestimmt. Oh. Ich hab's nicht überlebt. Oh, du bist die ganze Magensäure reingefallen, Junge. Ja, Mann. Egal, ich schläf wieder. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier lang, oder? Ja. Und ich komm, ich bin auf dem Weg, IT. Juhu. Ich hab, glaube ich, gerade eh Schutz gehabt. Okay, weiter geht's. Die Sprünge sind ganz einfach. Oha, guck mal, was ist da? Was leuchtet hier so auf? Was ist da? Ich denke schon. Das könnte auch Magensäure sein, oder? Oder halt, was anderes gäbe es. Ähm, darüber reden wir nicht. Weiter geht's. Oha, guck mal, das sind Bakterien. Wir werden angegriffen, IT. Ah, das ist ein... Ach, das sind Blutkörper, oder? Ja, das sind die roten Blutkörperchen. Ich glaube, die sind nicht so schlimm, oder? Nee, die sind gut. Ja, sag ich ja. Wie brauchen wir damit, unser Körper, unser Kreislauf auch in Schwung bleibt? Ja, Mann. Guck mal, wie viele wir davon haben. Richtig nice. Ich denke mal, je mehr man hat, desto gesünder ist der Mensch. Und der menschliche Körper ist viel fetter. Genau. Ah, hier muss man runter. Leute, ihr seht da oben, wie viel Zeit hier die ganze Zeit umgeht. Er hat ein bisschen lecker für gebraucht. Aber egal, schaffen wir auch. Ja. Ja. Wusstest du, dass die roten Blutkörperchen durch unser Herz gepumpt werden? Okay, wo müssen wir jetzt? Wir müssen da runter. Guck mal, der Fall zeigt nach unten. Oh, oh. Ich glaube, das ist Euro, oder? Let's go. Hier wird es braun. Was ist hier? Ah, nein, kann nicht sein. Egal, jetzt sind wir da so blasen. Hier müssen wir runter. Und wir gehen jetzt wieder weiter. Ja, wir müssen einfach im Verdauungstrakt, Junge. Nein, da waren wir eben bei, T. Ich glaube, wir sind auch im Immunsystem. Oh, du hast es berührt und bist draufgegangen. Okay, ich werde das nicht berühren. Oh, das rote darf auch nicht berühren auf dem Boden, okay. Junge, ich habe das Gefühl, hier ist noch nicht alles so immun. Ja, glaube ich auch noch nicht. Pass auf, Eiti, wo du jetzt lang gehst. So, das rote darf ich hier nicht berühren. Ja, da passe ich hier lieber auch auf. Ganz vorsichtig vorbeigehen, so. Passt auf, Leute. Immer fit bleiben. Sonst passiert euch das hier bei uns. Ja, Mann. Guter Nähren. Immer viel bewegen. Immer wichtig, Leute. Immer die Hände waschen. Das ist auch wichtig. Okay, wir haben den nächsten Checkpoint. Wow, guck mal. Ist das jetzt Lava hier oder was? Oh, ich habe es berührt. Nein. Da steht eine B-Zelle oder so. Keine Ahnung. Da, wo sind unsere B-Zellen? Warte, wo müssen wir jetzt drauf... Ach, das darf man da gar nicht berühren. Okay, ich muss hier, glaube ich, drüber springen, Leute. So, habt ihr es geschafft, endlich. Ich brauche auch schon wieder... Ich brauche auch schon wieder so lange. Ihr könnt ja hier in der Zeit immer sehen, wie lange wir hierfür brauchen insgesamt. So, okay. Das kannst du aber kommen, Junge. Sonst wird er gar nicht mehr geheilt. Ja, ja, ich pein mich. Oh, Alter, wieso bist du raufgegangen? Ah, du hast die Kugel berührt. Okay, vorsichtig. Oha, die Sprünge sind hier immer gefährlich. Oha, wie komme ich überhaupt durch? Oh, bitte. Ihr habt es geschafft, Guys. Und hier hoch. Ja, Alter, ich bin beim Checkpoint. Weiter geht's. Let's go. Jetzt musst du alles vor neu machen. Ich bin nicht da hinten. Ich springe so lange weiter. Was ist das denn? Okay, ich kann so lange testen, wie das hier funktioniert. Ah, ich glaube, die Blöcke kommen da hoch, oder? Ja, du schon. Ja, sonst kann man das hier nicht schaffen. Nice. Okay, das ist gut. Ich muss warten, bis der nächste kommt. Da vorne ist der. Nice. Und die müssen aktiviert werden. Hab's geschafft, Alty. Weiter. Hey, ich muss es einfach machen. Hey, eben, hast du es so gut geschafft? Nein. Leute, ihr seht jetzt, um wie viel Zeit umgegangen ist. Jetzt sind wir schon bei 8 Minuten. Leute, wie lange hast du gebraucht? Ja, Mann. Ich muss die ganze Zeit auf Alty warten. Egal. Jetzt schaffen wir das endlich. Wo müssen wir jetzt hoch? Was? Ich denke mal hier. Aber Alphastein. Ja, Mann. Oha, guck mal. Ich habe hier so einen anderen Weg. Oha, wie hoch man hier springt. Das ist ja viel zu krass. Guck mal. Haben wir das auch in unserem Körper? Ja, das sind die Leute antibakteriellen. Ja, die beschützen uns vor schlimmen Bakterien, glaube ich. Stimmt schon. Ja, Mann. Guck mal, wir werden hier gerade angegriffen. Komm, mach die fertig. Wir müssen die fertig machen. Let's go. Immer viel Obst und Gemüse auch essen, damit ihr Immunsystem gestärkt wird. Und das stimmt. Vitamin D, Vitamin C, alles wichtig, Leute. Immer die Hände waschen. Und das stimmt. Oh, oh. Ich glaube, ich falle gleich runter, oder? Wie kommt man da hoch? Oh, Hams. Okay, eins. Ich bin beim Checkpoint. Komm, schnell. Feier mich. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Haben wir unendlich viel Zeit, oder werden wir gleich besiegt? Ich denke mal, dass wir... Vielleicht verfolgen wir uns gerade böse Bakterien. Wir müssen uns beeilen. Oha, nein. Ich muss auf den Bakterien springen, oder? Nein, oder? Ich lasse für uns noch ein Computervirus einfangen. Äh, das geht in unserem Körper nicht. Hä? Ich gucke mal, wie die Spielerin die Sprünge macht. Ach, die ist an der Seite reingesprungen. Lol. Ey, das hat man doch gar nicht hier gesehen. Was soll das? Boah, wo springt die lang? Hier nach unten? Okay. Okay, kann man einfach cheaten, oder was? Hä, ist das erlaubt? Hehe, ich glaube nicht, oder? Okay, ich schaue es endlich weiter. Gras, habe ich das nicht mehr geschafft. Jetzt ist ein Team ganz weit vorne. Äh, Mann. Ja, Mann. Ich bin gleich da. Warte. Da und bin da. Oha, jetzt muss ich hier wieder hochklettern. Bin schon ganz oben. Bin schon richtig, meine Augen. Warum ist hier so nebelig? Ist bei uns drin auch nebelig? Komm, ein Team. Warte auf dich. Let's go. Was müssen wir machen? Let's go. Ja, das ist unser Trippenhaus. Das ist ein Körper auch verbaut, glaube ich. Genau, aber müssen wir hoch oder runter? Weil da geht's ja nach unten, hä? Geh mal hoch, Junge. Du musst noch aus dem Mund raus. Äh, keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh, guck mal, da steht wieder jemand. Äh. Da ist unser Pagos. Hi, den haben wir auch im Körper. Weiß ich nicht. Oha, guck mal, hier sind Lava-Jumps. Gibt's Lava auch in unserem Körper? Ja, na klar. Und wir haben die Runden-Dinger auch. Oha, es geht hier im Jump. Oha, hier ist ja richtig bunt. Ich glaube, wir sind jetzt hier irgendwie bei einer guten Stelle im Körper. Ja, wir sind in einem Brustmuskel. Vielleicht sind die ganze Vitamine oder so. Keine Ahnung, was hier abgeht. Vitamin A, B, X. Ja, vielleicht wird hier alles sortiert. Okay, keine Ahnung. Was hast du da berührt? Warum bist du draufgegangen, hä? Man hat hier Bakterium. Heftig, Junge. Oh, dich hat Bakterium berührt. Okay, ich passe hier lieber auf. So, ich muss hier hochklettern und alles. In unserem Körper gibt's echt viel Mess, Junge. Ich wusste gar nicht, dass es zu viel in uns gibt. Oha, was sind hier für Sprünge? Hier muss ich wirklich aufpassen. So, hier ist Checkpoint. Ich glaube, da ist schon das Ende, Aiti. Warte mal. So ein Mensch ist echt nichts Einfaches, Junge. Das ist was Kompliziertes. Aber Leute, mir hat auf jeden Fall die Map bis jetzt richtig Spaß gemacht. Ihr könnt ja auch selber weiterspielen. Link ist in der Beschreibung. Schoppe Aiti vorbei, wenn euch das wie gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Tschüss.